Die PlayStation 4 ist vor nicht allzu langer Zeit erschienen und schon legt Sony nach die PS Pro. Sie kostet 100 Euro mehr als das Standardmodell, hat dafür aber deutlich mehr Power. Die sich allerdings hauptsächlich für Nutzer lohnt, die einen 4K-Fernseher zu Hause haben. Computerbild hat die neue PlayStation ausgiebig getestet. Die erste PlayStation mit 4K-Fähigkeit. Mit bis zu 3840 mal 2160 Bildpunkten kann die PS4 Pro Spiele darstellen. Das ist das Vierfache der bisherigen Auflösung und das bedeutet mehr Details und flüssigere Bewegungen, denn auch die Bildrate hat sich auf 60 Frames pro Sekunde deutlich gesteigert. Möglich macht das ein doppelt so schneller Grafikchip, der 4,2 Teraflops schafft. Und noch eine Neuerung soll das Spielerlebnis intensiver und beeindruckender machen. Sony nennt es HDR, High Dynamic Range. HDR verspricht kontrastreichere Bilder. Doch auch hier ist der richtige Fernseher die Voraussetzung. Er muss den Standard am entsprechenden HDMI-Eingang unterstützen und mit einem HDMI 2.0a-Kabel mit der PS4 Pro verbunden sein. Nur dieses Kabel kann die hohen Datenmengen für HDR übertragen. Ein weiterer wichtiger Punkt, die Spiele müssen vom Hersteller per Patch auf 4K und HDR vorbereitet werden. Nicht alle PS4-Spiele laufen in 4K und HDR, aber einige, darunter Leckerbissen wie Uncharted 4, Rise of the Tomb Raider und Call of Duty Infinite Warfare. Auch Videos von Netflix oder YouTube zeigt die PS4 in 4K-Auflösung an, Blu-rays dagegen nicht, da das Laufwerk noch nicht 4K-fähig ist. Die höhere Auflösung der Box ist nicht nur beim Zocken sichtbar, auch beim Streamen, etwa über Twitch. Auch Bildschirmfotos nimmt die PS4 Pro in 4K auf. Beim Vorgänger war es nur Full HD. Auch Virtual-Reality-Spiele profitieren von der PS4 Pro. Dort spielt die Auflösung keine Rolle, dafür rendert die neue Konsole das Bildsignal anders. Im Direktvergleich sieht das dann so aus, wie hier bei Robinson The Journey. Die Farben sind satter, das Bild etwas schärfer. Derart große Unterschiede gibt es aber nicht bei allen Spielen. Auch hier hängt es von der Unterstützung der Hersteller ab. Die Box selbst ist schmaler und schicker als ihr Vorgänger. Sie wird mit einer klassischen Festplatte mit einem Terabyte ausgeliefert, kann aber problemlos gewechselt werden. Hier empfiehlt sich eine schnellere und leisere SSD. Die Garantie erlischt durch den Wechsel nicht. Er klappt im Test problemlos. Gut, die PS4 Pro ist komplett abwärtskompatibel zum Vorgänger PS4. Alle Spiele für dieses Modell laufen ohne Einschränkungen auch auf dem Nachfolger. Bestens geeignet ist die PS4 Pro, wie erwähnt, auch für Virtual-Reality-Anwendungen. So günstig wie mit dieser Konsole ist der Einstieg in die VR-Welt nirgendwo. Die Sache ist einfach. Besitzen Sie noch keine PS4, dafür aber ein 4K-Fernseher, ist die neue Pro ein Pflichtkauf. Für knapp 400 Euro bekommen Sie eine flotte Konsole, die aktuell höchste Spielauflösung bietet. Einige VR-Spiele sehen vor allem im normalen Direktvergleich mit der PS4 deutlich schicker aus. Steht jedoch schon eine PS4 vor Ihrem Fernseher, ist ein Komplettkauf nur für Grafik-Nerds zu empfehlen. Der optische Sprung ist doch moderat. Unabhängig von persönlichen Präferenzen bleibt jedoch das fehlende 4K-Blu-Ray-Laufwerk ein großes Manko. Schließlich ging ein zeitgemäßes Halmkino-Erlebnis mit jeder Playstation-Generation einher. Von unseren Testern bekommt die PS4 die Testnote 2,24, also gut.